Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Shakuza Heavy Rain. Im Oktober 2019 erschien mit Magnolia X das letzte Release von Shakuza. Nach mehreren Verschiebungen kommt nun das neue Album des Österreichers. Heavy Rain beinhaltet 14 Tracks und kommt mit Features von Mark Sloan und Martin Kautz. Das Album kommt über iGroove und erscheint als Box. Mxp Homeless. Mxp trat in der Vergangenheit vor allem als Produzent, aber auch als Mitglied bei den Gruppen Dick & Doof und Zombies in Erscheinung. Jetzt steht das neueste Soloalbum des Hannoveraners an. Homeless kommt mit 16 Tracks, Features kommen unter anderem von Donatello und Tamasch. Das Release kommt über Walk This Way Records und erscheint als Box. Shadow 030 Ra. Das letzte Album von Shadow 030 13439 erschien im September 2018. Nun ist es an der Zeit für das dritte Soloalbum des Berliners. Ra kommt mit 13 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Jalil und Yoshimitsu. Das Album kommt über Baba City und erscheint als Box. Ufo 361, Rich Rich. Es gibt wohl kaum einen Künstler im Bereich Deutschrap, der in den letzten Jahren so produktiv war wie Ufo 361. Das letzte Album von Ufo, Wave, erschien im August 2019. Drei Monate später wurde mit dem Kollaboalbum Lights Out im November gemeinsam mit dem türkischen Rapper SL nachgelegt. Jetzt steht nur fünf Monate später bereits das fünfte Soloalbum des Kreuzbergers an. Rich Rich beinhaltet 13 Tracks und ein Feature vom OS-Rapper Future. Das Release kommt über Stay High und erscheint als CD, als Bundle und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.